jo leute und damit willkommen zurück zu das bekloppt projekt immer noch mit flash alleine nach einer kurzen pause die anderthalb stunden ging ja genau weil wir essen mussten ich habe hier noch mal eben schnell mein kabel angelegt das dat muss überprüfen da hast du bestimmt nur mumpels gemacht da dass da mehr energie reinkommt in die badbox diese mumpels schaue ich mir jetzt erst mal jetzt ist voll und jetzt heißt das jetzt bin ich schön da bist du da eingefallen aber ich bin schon wieder reingesprungen ja hauptsache mein kabel hier land was sind jetzt unten machst du jetzt so fällt machst jetzt immer nur wie machst du das denn jetzt machst du jetzt eine eben zwischen oder was das dicht okay ja unten bei mir nur so eine landmark reihe ist sondern aber noch nichts weiter in total ja okay da wo ich ihm reingesprungen das kind dauert recht lange weil der hat auch nicht volle energie ja merke sehe ich dauert noch ein bisschen push denn da gerade durch ich kann ja nicht viel sein ist ja nur auf die badbox von angeschlossen ja 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 ich mache doch nur zwei schulden zwar nachher die sich leer die geht kontinuierlich bleibt ja ja wahrscheinlich ist das wieder 40 blöcke und da verliert ihr aber ein bisschen wir waren trotzdem an weiß ja ich weiß es ist auch ein bisschen komisch schnee drauf aber dennoch naja also den nach hause geh also hast du dennoch hier alles klar ja wie geht es eigentlich um der tank das der tank dauerhaft bleibt politik hier ich tue wieder deine komischen federn hier rein hier bitteschön ich mache jetzt ein zweites solar panel machst du das ich glaube dass einer allein schon 32 eu wir haben ja noch klar war sie da unten ja noch wirklich offen er macht 32 maximal output 32 generating acht ja ja sie mit der fabrik die kleine bei jedes mal wenn ich anfangen auf zehn fing das zu lenken keine ahnung warum kann ich dir nicht sagen ist halt blöd so iridium 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 damit haben wir denn da noch drin das geht so langsam leer ok es geht alles so schnell leer mittlerweile ich gucke auch hier gerade mein ganzes inventar fast wieder alles leer material ist wieder nichts über das lange so lange so weiter advance circuits jetzt leckte und lässt mich da nicht reingucken ja leckte aber gerade ja ja das selber welche mit serverlekt direkt ein bisschen und ich komme noch nicht auf den server jetzt wahrscheinlich ist gemacht hat keine ahnung wo habe ich ja 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 überhaupt geht ja noch geht ja noch gibt es doch gar nicht doch gibt es ja wohl ich müsste mein extrakt aber auch nicht habe so viel von diesem bau bot macht das ist es nicht will ich auch gar nicht von dir anstrakte aus der normaler firmen ok ein schaltkreis und 43 traps trittraps 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 mit stein machen kubli stone aber das war ja nervig dass die kurzende der aufnahme mit amazon schatz kühle explodieren musste das tut mir leid nicht ich mache ich diesen schutz ich bin nicht so lautlos gemacht was ich habe vergessen mein handy das ist noch lautlos ich habe das wieder laut gemacht extraktor super natürlich kann als mehr kurz nicht tröste dich nicht nur die christen wieder vollkommen durcheinander ach ja das habe ich ja draußen ausgepackt keine armen das und moment man von grund die warte wo die sollte man den drinnen das noch nach der overclocker sollte da fertig wurde nämlich was macht er den ganzen tag dup ach so der ex der europa raus okay mach das mal das ist doch schön haben wir auch ich dachte macht ihr nur diese kugeln aus ne finde ich nicht aber ich finde es gerade schön so lalala kann ich von den welchen auch anpassen und noch eine elektrik engine hauptsache erst mal energie jungen das ist die ganze per hand gemacht das ist doch viel schöner passiert mich aber nicht wie du das gemacht hast schön per hand lässt man sich schon zeit bei ja die keine hat worauf man keine lust hat eigentlich richtig da kommt aber so wenig energie an sieht man auch voll und drauf klickt wenn er hoch und runter geht immer dann zieht er eine bahn immer ist ja noch nicht mal ganz oben angekommen da kann man auch irgendwie noch ein chip rein tun ja genau könnte es auch da rein machen dann treibt er noch ein bisschen schneller das sollte es auch schneller gehen weil jetzt wird er von zwei angetrieben genug energie oben noch drin bleiben ja hallo ganz ruhig ich wollte ja nur ein ich wollte nur behilflich sein ja das ding bleibt eigentlich voll eigentlich immer so zehn ungefähr sind weg und dann ist das wieder voll reicht dann ist er jod so kratz 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 das näschen ohne hexagonal und rubberfoot zombie brains ach ja unser brain spiel weins wir machen einfach viel zu viel zusammen war da ist genau in den baum der wächst sofort am ist tuff tuff das war gar nicht du bist ja auch gar nicht habe ich doch gesagt ja ja seit wann ach ja weißt warum jetzt im friedhof hier ist wegen dem peta dungeons zeug aber jetzt auf einmal ja weil die welt neu weil die welt ja anders generiert ist habe jetzt so ein friedhof wo vorher keiner stand mit einer truhe aber ich habe dich auch gern mit dem liegen wir schenken uns eh nix ach so ich weiß warum das nicht dunkel wird habe ich es gemacht ich war nur in der testwelt wo sind jetzt die bäume weg die bäume bäume stämme da ich so kann auch welche ja das ist wenn die krippe explodieren muss und das genau in der kiste war wo das drin war oder in der manklaut alle besitze oder so und du machst blub 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 ja ich hab grad alles ein woher bist du das dann nur seit und du machst blub blub ok ich dachte schon wie es wo bist du ich hab Angst, wo wartest du mich? ja sicher doch nicht nicht na komm schon ok okay findest du das oder nicht okay ach ja wie war das wenn ich ein lau voltage macht da muss ich ja so ein fahrungsformer daran machen dann ist es noch weiß nicht ob das jetzt auch noch was steht da nicht ein input wie viel der maximal input machen kann was bei der badbox dran ja mach lieber noch ein transformer mit zwischen oder probier es einfach aus macht beim medium muss auf jeden Fall alter hier sind muss mit oder warum ist das so komisch hier kann man sieht das irgendwas eingestangen ist es aber nicht creeper komm alles sind besprengen alles in luft creeper sei zentos freund aha er brennt und verringt oh das ist mir wohl gar nicht leicht soll ich mal gleich einen freund mitbringen von mir der heißt mr creeper nein habe ich steckenweise mein freund hey mr creeper ich habe den kopf und zack eine kuh die macht muh da können wir noch ein spawner einfach machen oh hier wachsen wieder die bäumchen ich bin so voll gemampft und dabei habe ich gar nicht so viel gegessen davon was gab es denn lasagne achja hab ich ja vergessen wieder wie immer ja japskidoodle 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 ey gehst mit der Omni-Wrench auf den Extractor ne plagg alles weg aaaah aaaah sind mir aber gar nicht leid äh war mir auch schon klar dass es dir nicht leid tut ja woher weißt du das denn ich das einfach nur weiß so ich bin mir viel zu viel Müll im Inventar ja ich tröste dich nicht nur du werde dir auch nie weniger wabba 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 genau ne mädchen ne alte dame mädchen alte dame siehne wünschen von mir beruhig bin er jaha juhu jaha jaha tu hast echt ein Dachstern jo ne ein Dachstern habe ich stimmt bei mir soll ich das ganze dach oft beim minecraft fertig es dauert noch moment ja es ist gut alles gut ich braune das problem ist du magst es wenn ich einen schaden habe das wäre sehr langweilig mag ich nicht da ist mein close glößt und ach ja ich habe mir mal eben sechs solarpen jetzt gekauft hat ja ich mache jetzt mal noch ein zweites advance von format ist ja einfach warum bleibt das interface von von den workbench einfach mal nicht gespeichert sollen sie auch mal machen dann kann ich muss gleich meine dann abbauen meine zwei und dann kann ich ein fv abmaßung macht es macht es macht ich da meine range heute die schnicht von club club dunkel ich weiß es war ja aber ich habe noch die generatoren also die geotermal generatoren an willst du schlafen gehen habe ich wieder auf recipes geklickt und sagt ja das funktioniert da kommen wir gehen ohne schlafen er macht nicht aber er ist bei mv dann ja bei mv auf jeden fall ja gemacht ja ich habe immer lv dann lau dann medium dann bei medium da brauchst du unbedingt lau oder uns mal aber kein medium dazwischen vorschalten ja auch muss ich dazwischen schalten hast du auch eigentlich so ein verschobenes inventar wenn auf die badbox klickt habe ich auch genau das ist aber irgendwie keine ahnung durch irgendwelchen gui picture pack ist das gui picture pack ist aber das ist nicht so wild ich habe keine erde mehr da sehe ich gerade warum sind solarpanels zu teuer also nicht vielleicht darum das ist unmöglich unmöglich aber sowas von unmöglich ne ich habe auch schon wieder keine windstone du hast ja nie was echt jetzt ist das material bald alles weg ähm so jetzt darf ich jetzt mal nach erde in den kisten suchen suchen vs suche ich raste ich raste ich habe长gir ich habe schon noch einmal mit mir hier